Wir als Strabag sind ein international tätiger Baukonzern, hauptsächlich in Kerneuropa tätig, aber auch in Übersee. Wir beschäftigen uns mit Verkehrswegebau und Hoch- und Ingenieurbau sowie Spezialthemen wie Tunnelbau, Wasserbau und Spezialtiefbau. Unsere Kunden stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen bei ihren Bauaufgaben und das vollhydraulische Likofix-System bietet genau die Möglichkeiten um diese vielfältigen Bauaufgaben zu erfüllen. Aufgrund der Tatsache, dass wir in den letzten 15 Jahren sehr gute Erfahrungen mit dem Likofix-System gemacht haben, haben wir strategisch entschieden, dass wir zum überwiegenden Teil in der Zukunft unsere Ketten und Mobilbagger mit dem Likofix-System ausstatten werden. Der Anbauwerkzeugwechsel unseres Likofix-Systems findet durch den Fahrer über eine Zweihandbedienung aus der Kabine aus statt. Wir haben in unserem Likofix-System zwei Sicherheitsfeatures verbaut. Das sind zwei Nährungssensoren. Zusätzlich zu den Sensoren kann unser Fahrer den Verriegelungsbolzen aus der Kabine aussehen. Das heißt, er kann das System selber durch seine Augen überprüfen und hat dadurch ein sicheres Gefühl beim Fahren. Unser Likofix-System ist an Mobilbaggern, Raupenbaggern, Umschlagsmaschinen und Radladern verfügbar. Also Likofix ist perfekt in der Ausführung und auch vom Handling her ist das prima. Einfach und sicher. Früher musstest du Bolzen klopfen, das hat mindestens eine Viertelstunde gedauert. Jetzt bin ich Sekunden fertig. Also besser geht ja gar nicht. Die Zusammenarbeit generell mit Liebherr ist für uns eine wirkliche Erfolgsgeschichte und insofern haben wir auch vor, in der Zukunft weiterhin mit Liebherr erfolgreich zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns natürlich über die vielen Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Strabag und wir sehen auch ein großes Potenzial, diese Zusammenarbeit in Zukunft fortführen zu können. Liebherr als Systemlieferant sorgt letztlich dafür, dass die Strabag die komplexen Bauaufträge zu einem effizienten und sicheren Erfolg führen kann. Untertitelung des ZDF, 2020